Hallo liebe Läuferinnen! Wenn du einen hochwertigen Schutz vor windigem Laufwetter suchst, dann ist die SX Gore Windstopper Laufjacke genau die richtige für dich. Die spezielle eingearbeitete Gore-Membran sorgt dafür, dass kalter und feuchter Wind von außen nicht eindringen kann und du beim Laufen geschützt unterwegs sein kannst. Trotzdem ist das Material nicht steif oder schwer, sondern nicht ganz leicht und locker auf deinem Körper. Für sicheren und ausreichenden Stauraum sorgen die zwei Reißverschlusstaschen an den Seiten. Damit dich der Reißverschluss der Jacke nicht stört, wurde eine Garage verwendet, die zusammen mit dem hohen Kragen den empfindlichen Halsbereich schützt. Wenn das Wetter schlecht ist, leiden natürlich auch immer schnell die Sichtverhältnisse. Und wenn es dann noch dunkel wird, ist es sehr hilfreich, dass eine Jacke verschiedene Reflektoren hat und das ist hier auf jeden Fall der Fall. Aber nicht nur der Schutz von außen ist wichtig, sondern auch, dass die Jacke sich innen drin gut anfühlt. Dafür sorgen die Fließeinsätze, zum Beispiel hier am Kragen oder auch hier unten und die liegen beim Laufen sehr weich und angenehm auf der Haut. Die Essex Gore Windstopper Laufjacke ist ein zuverlässiger Schutz vor Wind und Wetter. Dadurch, dass sie auch locker und leicht sitzt, wird sie dafür sorgen, dass du in der kühlen Jahreszeit auch immer am Laufen bleibst. Du bekommst sie natürlich in deiner Runners Point Filiale oder hier im Onlineshop unter www.runnerspoint.com Wirande und Wetter Wirande 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 gibt es auch 약 0, boh, wirpiecessetzen geben, und wir Okey, woher der Anfang eager gibt es ja